Richard Rogler, eines der Urgesteine des politischen Kabaretts in Deutschland, ist gestorben. Seit den 70er Jahren stand Rogler auf Bühnen. Mehrfach wurde ihm der Deutsche Kleinkunstpreis verliehen. Er bekam den Grimme-Preis, gehörte zum Ensemble des legendären Scheibenwischers von Dieter Hildebrandt I. und moderierte die Mitternachtsspitzen. 2018 verabschiedete sich Rogler von der Bühne. Er wurde 74 Jahre alt.